Heli, meine Bergziegefreunde. Wir werden heute ein großes Best of Funky machen. Bitte lassen Sie ein Abo da. Und los geht's. Stopp pipipipi habe was vergessen. Kommen Sie schon heute noch zu unserer Server Link ist in die Beschreibung. Danke Kuss, aber jetzt geht es los. Dann musste ich meinen YouTube Namen eingeben, der ganz einfach war. Einfach Funky Runters durch HD. Dann habe ich mich fast beschreiben und dann habe ich draufgeklickt und dann habe ich jetzt mal gesucht, wo mein Kanal ist. Dann habe ich erkannt, da ganz oben das erste Video. Dann habe ich meinen Kanal gefunden. Dann bin ich auf Videos gegangen und habe 226,95 Jahre gebraucht, bis ich mein erstes Video von meinen Kanal hochgeladen habe. Das erste Video war halt einfach ein normales, stinknormales Minecraft Video, was ich allein gedreht habe, weil ich keine Freunde habe, weil ich eine Sommerferien mich entschlossen habe, zu Hause zu bleiben, mit meinem Zimmer einzusperren und ein Minecraft Video rauszusuchen. Und das habe ich auch getan. Das erste Test. Hallo meine Liebe. Das ist das erste Minecraft am Handyspiel. Ich weiß nicht, wie ich... Oh, liegt das. Ich weiß nicht, wie ich es nenne. Ich muss doch kurz was einstellen. Das ist jetzt unter... Das nervt mich. Das nervt mich. So. Jetzt so, Leute, wir machen... Wir machen ein Minecraft Video. War ich. Wo ich auf dem Handy spiele. ich bin jetzt oft auf dem Handy, mein Kopf. Und, ja, das ist erst Video und da fliegt was bei euch. So, wir suche jetzt einen guten Platz, wo die Bäume sind. Bäume sind überall, was auch noch. Und, ja, und ab, wo dann die Spitzhattel sind. Und, ja, ich wollte jetzt mal YouTuber werden. Und, da wollte ich erst mal anfangen mit, mit, ähm, Handy. Mit Minecraft. Und, ich mache dann, wie wir jetzt Minecraft, oder was anderes. Ich lege dann andere Spiele, Clash Royale. Aber, wie es heißt, lege ich dann auch auf. Ich spiele dann ein paar Runden. Ich kann es auch gleich. Wenn ich jetzt auflange, lege es dann auf. Ich kann das immer wieder. Und das Video wird dann, ja, das Kanal, ja. So. Und alles. So, was wir brauchen jetzt einfach. So, wohin jetzt? So. So, was man gut ist. So, was man gut ist. So, wo man sich aufbauen kann. Am Anfang bauen wir dann Berg rein. Finde ich. Also, wir gehen ein bestimmter Ort. Bauen da. Berg rein. Mein zweites Video mit Flo aufgenommen. Minecraft Duos. Leider konnte ich das andere Video nicht rein filmen. Darum habe ich mir entschlossen, das nächste Video reinzuschauen. Das Fortnite Video. Okay. Hallo Leute. Wieder eine neue Folge. Bitte kurz. Bitte ein bisschen leise stellen. Ich mach was. Kurz, bitte kurz ganz leise sein. Äh. Oh, gut. Ja, ganz kurz bitte. Danke. Bam, bam, bam. Wenn ich so leise kann. Nee, nee. Die Leute. Ich kann mit meinem PC machen können, dass ich nur in der Höhle bin und die Stimme mit der Höhle rein. Oh Gott, ich bin ja nur in der Höhle mit den Schönen. Okay. Ja. Kannst du auch nur in der Höhle machen? Oh Gott, du bist auch in der Höhle. Ah, ich kann... Okay, jetzt habe ich nur mal... Okay Leute. Wie nennen euch meine Folge? Minecraft? Äh, Fortnite. Minecraft, ja. Super. Ja. Ich bin Minecraft. Ich bin Minecraft. Ich bin Minecraft, Fortnite. Äh, ja. Ich konnte die Folgen nicht machen, weil... Ja. Ja, die Fehler passiert jetzt doch mal. Okay, ja. So, ich... So, das hast du... Ups, so. Okay Leute, falls es nicht ist, was wir hier vor... Wir spielen jetzt gerade One-Shot. Ja. Das ist mal One-Shot. Man kann nur 150 Leben haben, wenn man volles Schild hat. Deswegen heißt dieser Modus auch One-Shot. Stimmt, macht hier irgendwie Trimax mit. Kann ich mir ganz gut denken. Ja. Ja. Das Night on the Weight macht hier mit. Also... Trimax. Jeder wird gut Trimax kennen. Ja, ich hoffe, dass meine... meine Fans die auch kennen. Wollten so... Okay. Also, ähm... Ja, Timi hat auch nur einen Kanal. Du kannst auch ansagen, du möchtest. Ich hab... mein... wie mein Wort, mein Name. Ja. Genau so. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, richtig! Ich hab fast einen genommen. Äh, genommen. Nur der war... Ich brauche... Fahrbaum. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Ich bin so tot. Oh! Ja! Help me! Hey! Ah nein! Ja! Richtig genug! Oh Gott! Oh Gott! Der stand... Der soll nicht... Stehen! Alter! Ich... wollte ihn... gerade einfach... Der hat einfach... Der hat einfach... Ja! Da... Ich hatte letzte Runde... 10 oder so. War nicht 10. Ich meinte so... 4 oder so. Ja! Ah, ne! Ich nehm doch die Sniper mit. Alter! Die Leute... Ich hab eigentlich mit Timmy schon einen vollen Summen. Nur... Ja! Ich hatte einen Fehler da. Ich hab heute eigentlich auch ja schon eins gemacht. Und bei mir hat man auch den Sound irgendwie nicht beraten oder so. Das... Ganz schwierige mal auf... Hier mit den Programmen. Da muss man... Ich bin doch gerade am überlegen die ganze Zeit auch, dass ich das nochmal neu herunterladen soll, weil... Ja! Bei mir geht es jetzt. Ich hab den Fehler gefunden. Oh! Ich hab wohl ihn gesehen. Du hast einen Key gemacht, oder? Richtig easy! Mit dem Jagdwehr. Der... Der stand... Der wollte grad springen. Ich... 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 Schmeckt! Die... Wie viel weiß ich kann man noch mal mit... Ich war unter die Treppe eigentlich... Ja... Der war so ein Spieler... Wie heißt das? Ich glaube... Wie heißt das? Ich glaube... Wie heißt das? Okay komm... Komm die Zone kommt schon! Achso... Oh gut... Äh... 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 Ist doch einfach so ein Geysier! Oh! Oh nein! Das war schwierig! Heiß... Leute... Wenn... Ich kann hier einfach... Also Leute... Wir sind dann ein bisschen weiter nach unten gegangen. Also... Neuere Videos. Wir überspringen mal alle Videos, was ihr da gerade seht. Wir überspringen alle Videos. Wir werden jetzt... Die... Beste... Momenten... Die auf meinen Kanal passiert ist. Auf den... Funky... HD Kanal. Ich brauchte für zwei Jahre. Aber dann habe ich es am Ende gefunden. Und... War am Ende glücklich, dass ich es gefunden habe. Und es ist noch drauf ist. Und... Ja... Mein Leute... Herzlich Willkommen zu... Neues Video. Es soll kurz sein. Gucken mal Leute, was wir geknackt haben. Die Ehre-Männer. Ich zeig euch kurz schnell ein Video. Ich hoffe es ist okay. Haben... Wir haben... Wir spielen gerade bis in den Shop. Wie ihr seht. Und ich habe einfach... 100 Abonnenten. Leute... Noch eine Sache. Ich weiß, ihr denkt so... Ja, wann kommt ihr Verlosung? Die Verlosung kommt bald. Ist du deswegen Corona kann ich... Also Funky Fans. Wie ich gesagt habe. Wir werden die besten und die schlechten Momente auf dieses Best of Funky 2022 reinführen. Ich habe da mein Best of von... Warum ich... Nein Spaß. Also... Ja... Also heute... Moin Leute. Herzlich Willkommen zu... Eine schlechte Nachricht. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Sag ich mal so. Also das Intro war... Habe ich jetzt eine extra verhüte, weil... Kein Bock zu schneiden. Nein Spaß. Also nochmal hier... Mein Funky-Kanal. Ehre noch von euch alle hier. Kuss geht raus an euch. Mua. Also noch eine Teil... Also ich hatte davor schon mal ein Video gemacht. Irgendwo hier ist das Video. Habe ich auch erzählt, dass ich nicht mal streamen können. Wegen irgendwas gebannt. Weil ich nur mit euch geredet habe. Also... Äh... Und jetzt... Ähm... Habe ich das gleiche jetzt nochmal. Hier... Aber weiß, dass ihr mir nicht glaubt. Hier... Auf live stream. Ich drücke darauf. Ja... Also... Ich verstehe das nicht. Was... Irgendwas mit Kinderrechte. Ich habe auch nichts gegen Kinder gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur ein Video gemacht. Nein. Ich habe gar nichts gemacht. Habe nur geleistet worden und ihr erkennt gar nichts. Hier... Ich kann nichts auswählen. Das ist kein Fact. Ich kann nur Feedback geben. Tue ich auch gleich. Ich bin richtig sauber gerade. Aber das gute Nachricht ist, ich habe was sofort in die E-Mail bekommen. Dafür... Ähm... Ich kann euch schon mal öffnen. Digga... Äh... Hier rausdrücken und ihr seid sofort hier drauf. Ich werde gleich da streamen. Äh... Bitte nicht sauer sein, dass ich jetzt auf dieser Kanal muss. Äh... Ich kann dazu nicht. Also könnt ihr auch hier abonnieren auf alle Glock... Auf alle Glocken, wenn ihr die Nachricht... Aber wir gehen jetzt weiter. Also nochmal... Und auf mein Discord hier. Alles... Hier... Alles eine Seite. Am Handy auch eine Seite. Also hier... So... Hey Funky... Unsere T... YouTube-Tü... Hat einen Inhaltsbegriff... Äh... Wenn ich auch mal lesen kann... Geprüft! Ich kann lesen auf 100% nicht was. Also... Dass sie mein Video live streamen, sag ich mal so, geprüft haben. Und gesagt haben... Irgendwas von Kinderschutz. Äh... Also ich verstehe nicht, welcher Kinderschutz. Ich... Ich weiß nur, dass ich hier den Titel Fortnite äh... Oder YouTube und Facecam mit Funky... Blablabla... Ich habe nur... Ich wollte Fortnite zocken. Hab ein bisschen meine Facecam. Hat eine Maske drauf. Nein... YouTube muss mein ganzes Video äh... Muss alles widerstehen und sperren. Also YouTube... Gruß geht nicht raus. Nicht was... Nein, ich will jetzt nicht böse sein. Aber YouTube... Ja... Aber die gute Nachricht ist... Ob wir hier einfach viel grüßt... Das YouTube-Team. Das kann ich... Also Leute, nochmal... Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Wegen... Sonst werde ich das Video auch gesperrt. Da ist auch ein paar Daten von mir. Nochmal... YouTube hat mir da noch unten geschrieben... Das... Ähm... Dass sie das... Dass sie dann... Das dann wieder weg machen. Also nicht sofort weg machen. Und nicht in einen Tag. Aber in ein paar Tagen... Dass sie es dann wieder weg tun. Oder dass sie es dann wieder tun können. Hoffe ich... Äh... Und dass ich auch... Ich hab... Ich bin so dumm. Ich wollte gerade meinen Abtest tun. Mit Ruhe Motos. Ich mach auf Aus... Aus Motos. Junge... Es kann heute schief laufen. Ich weiß einfach nicht was los ist. Ich hab auch... Digga... Ich kann nicht mehr. Digga... Ich kann nicht mehr. Ich muss meine PS4 nochmal neu einschalten. Nochmal zur Info. Heute sind die Kacktage. Ich hab mich so richtig mal gefreut. PS4 geht wieder an. Ähm... Weil ich so richtig... Alles richtig eingestellt habe. Hier bei UBS. So richtig schön. Hier gucke... Ihr seht... Alles ist so gut eingerichtet. Hier das hier. Dann kann ich alle Fehler in eine Tonne schmeißen. Weil alles wieder... So von YouTube so ist. Dass ich... Zwei Stunden oder einen ganzen Tag gebraucht habe. Für das hier. Also nicht den ganzen Tag. Ich hab auch Schule getan. Aber jetzt so. Also ich kann jetzt nicht mehr streamen. Ich werde... Also doch. Ich kann schon streamen. Aber jetzt nicht mehr auf PC. Es tut mir leid Leute. Dass ich das jetzt nicht mehr kann. Ich werde dann wenn ich mein PC bekomme. Das dann wieder... Äh... Äh... Dann werde ich das tun. Es tut mir richtig leid Leute. Ich will gerne wieder streamen. Aber... Wie ihr seht. Könnt ihr das wieder vergessen. Alles. Ich werde jetzt auf meinem zweiten Kanal. Äh... Hier. Also nochmal zur Info. Hier. Einfach hier rauf gehen. Rauf drücken. Auf Discord könnt ihr auch rauf gehen. Und hier abonnieren. Und so gucken. Und so. Hier habe ich schon mal gemacht. Vor zwei Wochen. Ja. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist einfach scheiße von Fortnite. Äh von Fortnite. Fortnite hat nichts zu tun. Davon. Aber es ist richtig kacke. Dass ich. Genau. Ich nur. Weil ich. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach kacke. Es ist einfach kacke von YouTube. Ich weiß. Ich bin jetzt nicht. Also ich bin 13 Jahre alt. Und ab 14. Darf man das tun. Oder so ne Art. Aber es ist doch egal. Ein Jahr alt. Keiner wird mich haten. Digga. Hier. Keiner wird mich haten. Keiner. Ich habe keine. Alle meine Freunde sind alle. Auf mich. Äh. Nicht auf mich. Also nicht dass sie jetzt schreit gibt. Ich meinte jetzt. Die sind hinter mir. Alles. Und ich verstehe nicht. Irgendwie Kinderschutz. Das. Junge. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin schon groß. Also das soll jetzt kein Hate gegen YouTube sein. Nein. Es soll nur sein. YouTube. Wieso. Sie ist mir leid. Es gibt locker. Ich habe einen YouTuber. Ich habe extra das mal eingegeben. Da gibt es so ein Kind. Also es war. Der hat extra gesagt. Acht Jahre alt. Macht schon YouTube. Ja. Da denke ich auch nur so. Puh. Ich bin 13. Und dieses Kind ist 18. Und der schneit vielleicht so gut. Aber ich bin so ne. Oder muss ich mir extra stimmen. Verzehr hohen oder so. Nein. Dann werde ich auch nicht tun. Aber finde ich einfach irgendwie kacke. Ich kann. Ich will es nicht zeigen. Aber ein Kind was so. Acht Jahre alt ist. Wird nicht gesperrt. Er wurde gesperrt. Aber wurde dann. Wurde dann nicht gesperrt. Also nicht so richtig hart gesperrt. So nur dass er. Dass er kein. Ähm. Es sei nur über andere Geräte. Wie ich auf PS4 streamen kann. Und ich wurde komplett überall gesperrt. Nur auf. Ich kann nur. Videos tun. Das finde ich irgendwie kacke. Ich bin 13. Und das Kind. Ich will. Ich. Ich. Mäßig. Wie alt man seid. Aber youtube. Soll nicht ab. Äpfel sind davon. Ich will schon bis zu 13. Oder so. Ich würde es nicht mehr lange her. Aber. Schau. Kanal. Ich will dich erstmal für ein paar Tage vermisse. Nochmal. Darauf. So Leute. Das war's heute mit das schlechte und gute. Wie. Nachrichtenvideo. Das. Lass ein Like da. Lass ein Abo. Schreibt einen Kommentar. Was ihr denkt. Ob das nett ist. Zu mir. Auf youtube. Äh. Ich hab auch nichts getan. Ich hab nur. Ich hab nichts getan. Wirklich. Ich hab nur. Mich ein bisschen gezeigt. Ich hab extra mit Maske gemacht. Dass es sich jetzt nicht so richtig hält. Ich hab nur ein bisschen. Irgendwas war ausgenommen. Weil trinken. Hier. Trinken. Oder so. Aber nein. Kommt wieder. Vergessen alles. Kann man ja knicken. Schau. Also eine Sache würde ich mir wirklich mal. Zum Mund sagen. Ich. An alle einzelne. 100. Bein. Für. 62. Abonnenten. An alle dieses Video sehen. Dankeschön. Dass ihr. Mich. Bis diese Zeit. Gebracht haben. Wie ich gesagt habe. Ist. Ich weiß. Viele werden sagen. Sie sind nicht so nice. Manchmal sind auch cringe Videos. Vielleicht habt ihr auch gesehen. Aber. Ehrlich. Man. Wird erwachsen. Und da wird man halt auch mal paar. Andere Sachen machen. Ich weiß. Früher habe ich cringe Sachen gemacht. War früher. Jetzt. Wird ich ein bisschen männlicher geworden. Und. Werde jetzt nicht mehr so viele grinte Videos rausbringen. Manchmal schroren. Manchmal nicht. Ich hoffe euch hat es heute gefallen. Oh. Speicherer. Also die Webseite und ja. Mer Info. Und. Freut mich an alle die mit benzem�ert haben. Sure. Untertitelung des ZDF, 2020